Sonntags verbringt David den größten Teil des Nachmittags in der Synagoge und ich gehe in die Kirche. Nein, nein, wir machen gar nichts. Wir tun dasselbe, was wir an allen anderen Tagen auch tun, was immer das auch ist. Ich besuche meine Großmutter. Nein, keine Routine sonntags. Wir tun nichts Besonderes. Schlafen ist wahrscheinlich das Beste. Untertitelung. BR 2018 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 Wir gehören zum Mittelstand und dieser Mittelstand ist die Klasse, die am meisten von sich selbst peinlich berührt ist. Wenn du aus der Arbeiterklasse kommst, kannst du stolz darauf sein. Und wenn du zur Oberschicht gehörst, hast du sowieso kein gesellschaftliches Bewusstsein. Der Mittelstand ist die Klasse, die gar nichts sein will. Wir könnten vorgeben, zur Arbeiterklasse zu gehören, was viele Bands tun, aber das ist auch lächerlich. Wir sind die arbeitende Klasse und wir sind stolz darauf. Wir sind stolz. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018